Hallo liebe Freunde meines Kanals zu einer weiteren Ausgabe des wöchentlichen Infovideos und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema, denn der Name Infovideo geht mir ziemlich auf die Nüsse. Ja warum? Infovideo wird ja so ziemlich von jedem YouTuber für Infovideos benutzt und irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist nicht wirklich das was ich hier präsentieren will, weil eigentlich ist es ja so eine Art wöchentlicher Audioblog und deswegen suche ich für dieses Format hier einen neuen Namen, bin aber megamäßig unkreativ. Deswegen ja, wenn ihr eine tolle Idee habt, wie man dieses Konzept hier ab sofort nennen könnte, sprich meine wöchentlichen Infovideos nicht mehr Infovideos nennen, sondern irgendwas anderes Tolles, dann ja schlagt es mir vor in den Kommentaren oder als PN oder Facebook oder Twitter irgendwo, Hauptsache ich kann es lesen, denn ich bin da echt dankbar, wenn da mal ein bisschen frischer Wind kommt, weil immer nur Infovideo klingt irgendwie kacke. Ja, soviel dazu, als nächstes habe ich ein neues Headset, haha, einige von euch haben es bestimmt schon auf Twitter gelesen, ich habe mir ein neues Headset gegönnt, ich hoffe man hört das auch, die Trash Tasmani meinte zumindest, ich klinge jetzt mehr. Ich hatte ja vorher das Razor Piranha und habe mir jetzt das Razor, äh, jetzt kommt's, äh, Karahiras, nee, Karahiras, Karahiras, erst mal aussprechen können diesen Namen, also Karahiras, äh, nee, Karahiras, also, äh, ich schreibe es am besten mit, äh, in die Beschreibung rein, dann wisst ihr auch, welches Headset hier gemeint ist. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich cool, hat eine bombastische Aufnahmequalität, hat eine bombastische Soundqualität, äh, ja, ne, kann man benutzen, werde ja auch immer wieder gefragt, ob ich da Tipps geben kann, äh, welches Headset sich lohnt. Ich gehöre ja auch mit zu denen, die sich immer noch diesem, ja, Studiomikrofon-Zwang, äh, widersetzen, weil viele Let's Player, wenn sie ein bisschen erfolgreicher sind, satteln ja auf Studiomikrofonen um, finde ich ja ganz toll, aber ich mag das so mit dem Headset, man muss nicht ständig in diese Büchse reinquatschen, man kann sich dabei bewegen, ich kann jetzt hier meine sportlichen Übungen machen, ich kann tanzen, ich kann Gitarre spielen und das alles ohne zu gucken, ob ich auch den richtigen Winkel beim Sprechen erwische. Dass ich auch in bester Qualität zu verstehen bin. Ja, deswegen bleibe ich dem guten alten Headset treu. Das Razer, äh, Karcharias ist mein neues Gerät, kostet, äh, um die 80 Euro, ich kann es nur weiterempfehlen. Link zu Amazon findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, als nächstes, äh, geht es natürlich um den guten Livestream, der auch diese Woche Donnerstag wieder stattfinden wird. Und, ja, diese Woche war ich mir ein bisschen unschlüssig, welches Game ich zocken werde. Ja, worauf ich so Bock habe. Deswegen habe ich mal die gute Draki gefragt, die meinte, zock doch mal Pokémon. Dachte ich mir, yay, Pokémon, eigentlich eine coole Sache, aber ob das jetzt auch bei euch ankommt, hm. Deswegen habe ich ja im Vorfeld eine kleine Umfrage gestartet, weil Max Payne 3 dachte ich mir noch so. Also, Draghi meinte Pokémon. Ihr habt gesagt, Pokémon findet ihr toll. Deswegen Donnerstagabend ab 21 Uhr auf live.hyuga.de wird Pokémon die gelbe Edition gezockt. Haha, ja, das gute alte Retro-Feeling, sag ich mal. Das Schöne an der Game-Edition war ja immer, dass das die Version ist, die am nähesten an der TV-Serie ist, weil die TV-Serie kam ja erst Jahre nach dem Game-Boy-Spiel, aber die Game-Boy-Spiele kamen bei uns immer erst nach der Serie. Deswegen haben sich halt viele gewundert, warum man keinen Pikachu am Anfang hat, warum die Team-Rocket-Leute immer irgendwie so panne-mäßig aussehen. Ja, die gelbe Edition ist da ein bisschen näher dran und da ich ja eh das alte Pokémon mehr mag als das neue, also die alten 151 Pokémon mehr mag als die neuen 5 Millionen Pokémon, wird es die gelbe Edition am Donnerstagabend im Livestream geben. Haha, also ich freue mich schon tierisch drauf. Ich hoffe, ihr auch. Gut, nächster Punkt auf meiner wunderbaren Liste des Formats, das bisher noch Infovideo heißt. Ja, eure Fragen. Davon habe ich wieder einige bekommen und die möchte ich jetzt hier ganz kurz durchgehen. Und zwar fragen mich richtig viele, wann denn endlich das The War Z-Let's Play mit Gronk kommt. Und ja, ich habe schon ein paar Mal auf Twitter geschrieben, ich glaube auch schon mal auf Facebook geschrieben, es wird kein War Z-Let's Play von uns geben. Ja, das Marketing des Spiels oder diese ganze PR, die da gemacht wurde, die ist so schlecht, das spielt einen dermaßen schlechten Ruf, wird eigentlich von jedem nur zerrissen, dass wir uns gesagt haben, müssen wir das jetzt wirklich machen und uns da auch mit den ganzen Hatern anlegen, die dann wahrscheinlich kommen werden und uns in den Kommentaren, ja, niedermachen, weil wir War Z- und nicht Day Z- zocken, blibli, blablub, haben wir uns dazu entschieden, doch kein War Z-Let's Play zu machen. Was aber nicht heißt, dass es niemals The War Z geben wird. Auf jeden Fall wird es mal einen Livestream mit dem Game geben, aber noch nicht heute, noch nicht morgen, das kommt alles noch. Aber ein War Z-Let's Play mit Gronk gibt es nicht. Äh, der Spikecraft LP fragt mich, welche Renderprogramme ich benutze, äh, um Spiele zu rendern. Ja, da nimmt man eigentlich ein ganz normales Renderprogramm, das geht schon mit kostenlosen Sachen los, äh, deren Namen ich vergessen habe. Gebt einfach mal ein, oder gebt einfach mal ein bei Google, äh, keine Ahnung, äh, Free MPEG, ne, nicht MPEG, äh, jetzt erzähle ich gerade ziemlich einen Quatsch, Free MP4 Editor, blablub, äh, gibt es auf jeden Fall nette Sachen. Ich such da mal was raus und haus mit in die Kanalbeschreibung, ob man damit schon HD rendern kann, weiß ich nicht, auf jeden Fall, äh, schon mit wenigen Euronen ist man da dabei. Ansonsten ist eigentlich bei jedem zweiten Webcam-Programm, also beim Webcam-Treiber und so weiter, ist immer ein Videoschnittprogramm mit dabei. Ihr braucht eigentlich wirklich nur eine ganz einfache Videoschnittsoftware, die in der Lage ist, MP4-Container mit dem H.264-Codec oder X.264-Codec, gibt es ja immer den kommerziellen, der H.264 und der kostenlose, der X.264, äh, ja, MP4-Container mit diesem Codec, äh, ja, müssen gerendert werden. Wenn das Programm dies kann, seid ihr eigentlich schon ziemlich weit vorne mit dabei, Auflösung entweder 1280x720 oder 1920x1080 oder irgendwie diese Originalauflösung, die jetzt auch schon einig benutzen. Da kenne ich mich aber nicht so wirklich aus, liebe Leute, da schaut ihr am besten mal in ein Tutorial. Ansonsten gebt, wie gesagt, bei Google ein Free-MP4-Editor oder Free-Video-Editor-Render-MP4-Baboops, da werdet ihr auf alle Fälle einige Tools bekommen. Ich verlinke auch nochmal was in der Videobeschreibung. So, letzte Frage kommt von Gielemanns und er fragt mich, woher denn mein Name kommt. Ja, diese Frage habe ich schon gefühlte zwei Milliarden Mal beantwortet, deswegen mache ich das auch heute nochmal. Ich hoffe diesmal wirklich zum allerletzten Mal. Mein Nickname Hyuga hat absolut nichts mit Naruto zu tun und auch nicht bedeuten, dass ich Naruto mag. Und zwar gab es Anfang der 90er eine Anime-Serie, die damals noch als Zeichentrickserie bei uns lief, weil man Anfang der 90er noch gar nicht wusste, was Animes sind. Und zwar hieß die die tollen Fußballstars, aka Shin-Captain Tsubasa. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Hyuga. Und zwar Kojiro Hyuga, genau, so hieß der Gute. Und ja, den fand ich immer toll und habe mir deswegen auch später dessen Namen zu eigen gemacht. Allerdings wusste ich nicht, wie man Hyuga richtig schreibt, nämlich H-Y-U-G-A. Deswegen habe ich es, ja, nach deutschem Wortlaut geschrieben, nämlich H-I-J-U-G-A. Und da kam halt dieses Hyuga bei raus. Und diesen Nick benutze ich jetzt schon seit übelst vielen Jahren. Sogar schon länger, als es Naruto gibt, zumindest in Deutschland gibt. Also die Mangas und so weiter. Ja, deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass so seit 5, 6 Jahren geht das. Ich ständig gefragt werde, ob ich so ein derber Naruto-Fan bin. Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Mag ich nicht. Aber Hyuga ist ein toller Name. Deswegen habe ich den auch für mich gewählt. So viel dazu, liebe Leute. Ja, gibt's eigentlich sonst noch was? Nö. Wäre ich heute sogar mal durch. Wie gesagt, für euch zwei Aufgaben. Zum einen natürlich stellt mir weiterhin Fragen per PN oder als Kommentar unter dieses Video. Ja, die besten und wichtigsten Fragen werde ich auch nächste Woche wieder im Video beantworten. Und da kommen wir zur zweiten Aufgabe für euch. Nämlich, wenn ihr Bock habt, denkt euch einen netten Namen für dieses Video-Format aus. Weil Infovideo finde ich auf die Dauer ziemlich lame. Gut, ich freue mich auf Donnerstag auf dem Pokémon-Livestream. Ich freue mich generell über alles und jeden, der meine Videos guckt, kommentiert und so weiter und so fort. Schon wieder über zehn Minuten. Ich sollte Feierabend machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Baby, euer Hyuga. Baby, euer Hyuga. Baby, euer Hyuga. Baby, euer Hyuga.